Ich sag mal so, das war jetzt erstmal ein ganz entspannter Teststream, einfach mal um zu checken, wie die Verbindung ist, ob es funktioniert. Aber ich habe jetzt trotzdem erstmal Handy und Gimbal und so weiter weggebracht ins Hotel und jetzt gehen wir nochmal an die gleiche Location und gönnen uns ein, zwei, zweieinhalb Gute-Nacht-Buckets in diesem Runde. Ahoy aus Bangkok. Ich sag mal so, das ist angenehme Temperatur hier. Ich sag mal so, das ist angenehme. Ich sag mal so, das ist angenehme. Ich sag mal so, das ist angenehme. Ich sag mal so, das ist angenehme, zwei, zweieinhalb Gute-Nacht-Buckets in diesem Runde. Ich sag mal so, neuer Tag, neuer Huftop, es ist so schön. Ich sag mal so, neuer Tag, neuer Tag. Ich sag mal so, wenn man kurz vor der Party noch ein Longdrink zu sich nehmen wollte, in der Bar in den Bergen durch. Dann gehst du hier hoch und hier auch wieder runter durch. Ich sag mal so, neuer Tag. So, neuer Vlog ist online auf meinem YouTube-Kanal. Link ist in der Bio. Und wie dort erwähnt war es heute wieder so ein Tag, wo ich sehr, sehr viel Zeit auf meiner Hängematte hier verbracht habe. Und mir jetzt noch einen ganz entspannten Sonnenuntergang hereinswirbel. Ach Gott, ist der so schön. Jalla 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 J Mit den Israelis und mit den Russen. In Europa. Wie lange dauert das Scheiß? Es dauert zu lange, weil das Scheiß ist. Was machst du da? Ich sag mal so, wichtige Durchsage. This was the first Lipovidan Day in my life. Alle weiteren Infos dazu und wie ich mir den rein zwirbel in meinem neuen Vlog. Geht auf meinen YouTube-Kanal und ramba zamba. Ich sag mal so. Twitch-Stream. Ganz spontan. Jetzt. Online. Kommst hier rum. Ich sag mal so Mario. Hat er sich rentiert der Weg? Definitiv. Muss ich mal so sagen. Oh, aber da ist jetzt heiß. Aber egal. Hab geht das? Es ist so wunderschön. Ich sag mal so, ganz wichtige Frage heute. Für die Kenners. Hong Tom oder Sang Som? Ich sag mal so. Zapolino hat sogar sein eigenes Moped hier auf Copacan. Und das geile ist. No excuse. 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 Ich hab's angebaut. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich hab's angebaut. Impressor. So krass. Das erste Mal in live auf Party. Und man wartet bis die Sonne aufgeht. Da hinten kommt ein kleines Wieg. Du schnuckliges Ding. Zeig dich. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich sag mal so, wunderschönen guten Morgen, neuer Tag, neue Insel, neue Unterkunft. Ich sag mal so, wunderschönen guten Morgen, neuer Tag, neue Insel, neue Unterkunft. Ich sag mal so, wunderschönen guten Morgen. Ich sag mal so, wunderschönen guten Morgen. Ich sag mal so, wunderschönen guten Morgen. Ich sag mal so, wunderschönen guten Morgen.